Nachdem sie kamen, fanden sie Schneebetchen aus dem, wo sie liegten. Sie unter den Geschleife und brachten sie ins Bett. Danach fragten sie auch. Schneebetchen, Schneebetchen, wo bist du? Wir sind da. Wo bin ich? Was ist passiert? Du bist hier bei uns. Sag uns, was passiert ist. Schneebetchen, entzelt ihr dann, was vorgefallen wurde. Spiegel, 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 Ander Wand. Wo ist sie schönste im ganzen Land? Schneebetchen, es ist sie schönste von allen. Die Königin verbietet sie eine Musik. Ich will sie für alle mal trotchen. Noch einmal sah die Königin alte Kleider an und ging zum kleinen Haus. Diese Spannшая. This is a Die Spann diesersysteme.